Wooll, wooll Pfeil jetzt zu kommen zur weiteren Folge Bede Boas willst Du? Ey auf der Hast Du gerade aufgenommen ne? Ne ich bin gerade auf Falls Max gefliegt auf der Map gerade, also du weißt ja ich hab ihn gefliegt, ne? Auf der Map habe ich damit eingefangen. Wollen wir die Folge schließen, sagen wir, ich glaub Max guckt mal die Videos manchmal auch. Ja. So, der gute Sarino hat gesagt, er will YouTube machen, der Sarino. Vielleicht. Ja, vielleicht. Und Max ist drauf reingefallen, das heißt, aka das Hörnie also? Ja. Was habt ihr denn so gemacht, Sarino? Ne, ich hab halt so gefragt, dass ich jetzt einen YouTube-Kanal habe und so, ne? Und dann, also er meinte am Anfang so, ja warum targetet uns immer wieder? Und dann meinte ich halt so, ja ich hab jetzt auch einen YouTube-Kanal und so. Und er wollte dann halt Straight-Aufnahmen machen, ne? Und dann habe ich gesagt, ja okay, können wir machen. Und dann hat er sich erst mal so gefällt, dass ich YouTube-Kanal habe, wie ist das? Und dann meinte er, ey, ohne Schock, müssen wir so deine Anmuration machen. Ach doch, komm Leute. Eigentlich, die kommen da. Sind die gut oder schlecht? Äh, die Anmuration? Mhm. Die ist echt lustig. Eigentlich, keine Ahnung. Können wir gleich lange machen. Wenn er wieder da ist. Ja, die Aufnahme kommt übrigens ein paar Zeug. Soll ich die Aufnahme echt da richtig was Zucker draus bringen? Mhm. Wie klar ist das denn? Ja, das ist toll. Oh, krass. Oh. Oh, krass. Falls jemand den damit in Blöcken draufkommt, kann ich das was. Weißt du? Falls ich jetzt ins Fail-Video kommen möchte, hast du es geschafft, Serino. Ins was Video? Ins Fails-Video. War genau hinter dir. Das ist das blöde, wenn ein YouTuber hinter dir läuft und auch noch Fade-Videos macht. Aber wenn es jetzt 26 Videos hat und keins von denen geschnitten hat. Das sind dann faulen YouTuber. Und ich bin faul. Nein! Yes. So wie ich den ganzen Tag auf mein PC nicht angemacht habe und damit keine Videos mehr hochgeladen habe. Ja, ist mir doch egal. Ich hätte was anderes zu tun. Aber das wäre Langeweile auf dem Bett und Musik hören. Nicht in? Hm? Nicht in den Bett? Hm, vielleicht. Ich würde auf dem Bett chillen und auf dem Bett Musik hören. Macht auch Spaß. So muss ich nicht mal in den Müllkisten mit dem PC starten. Alter! Ja. Volga, die Scheiße. Alter! Sagino? Ja? Ich habe ihn gerade mit, da kommen wir mit 12 Videos nicht gerade sehen. Ich habe ihn gerade mit Fluffy ein bisschen Schild und Leid aufgenommen, ne? Ja. Und du willst nicht wissen, wie viele Fälder der jetzt rausstellen muss. Wir haben drei Aufnahmen gemacht. Und da sind so viele Fälder passiert. Ich habe jetzt insgesamt noch für das Fälder habe ich es noch. Das sind jetzt insgesamt 27 plus das eine, was noch kommt, sind... Achtung, lila, 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 lila. 28 Aufnahmen muss ich noch schneiden für das Fälder-Video. Eigentlich habe ich ja gesagt, es kommt am ersten diesen Monat, aber... ...auf und runtergefallen. Ja. Dreh noch. Müsst du down? Ja. Ich halte ihn auch nicht an den Zeitplan. Weiß warum? Ich sage, wie kommt diesen ersten raus, ersten, fünften und was habe ich gemacht bis jetzt? Nix. Ich habe aber nicht angefangen, den Scheiß zu schneiden, ne? Aber, oh Gott. Wie viele Fails habe ich schon? Wo ist denn der Fail-Ordner? Der ist zufälligerweise, finde ich hier, weil da überhaupt nichts drunter ist. Ja, da ist nichts drunter. Der ist leer. Das heißt, Rina, wenn ich mal einen Tag nicht unterkommen sollte, ne? Ich muss nicht eine Menge schneiden, ne? Ich muss noch drei Videos rendern, downed, drei Videos rendern, um das dann dem Monat gerendert werden. Das heißt, Zeit aufwendig ist es für mich. Anstrengend. Dann hast du einen alten PC wie ich in Inset 2 Quadcom, das ist noch geiler. Hast du jetzt eigentlich, äh, was brauchst du für deinen neuen PC? Die Speicherkarte fehlt immer noch. Er steht immer noch neben mir, hier. Das ist mein Alter, wie uns. Da hört man richtig. Oh, nee. Wer kommt halt jetzt wieder? Ich habe keinen Bock auf das. Rina weiß, was ich machen möchte, wenn ich dich hochlade. Ich habe mich zum Trainern. Ich mache eine Abstimmung. Ist Rina cool? Soll ich das machen, Rina? Ich kann es nicht machen. Dann muss ich gucken, vom Punkt, jetzt sagt Rina, ja. Man kann es ja, man kann es ja einbauen. Man weiß jetzt auch so, wie es geht. Es war einfacher, um mich zu sein. Ich habe zum Trainern, wo es Planungsfehler ist. Ich habe zum Trainern, wo es Planungsfehler ist. Ah, gut, ich... Nein, 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 nein! Was ist das kosten? Aufnahme, Bruna? Ich nehme gerade fünf Minuten auf. Die sieht man ja nicht, ne? Es ist gerade... Ich... Er ist komplett gegangen. Ja! Rino? Ja? Soll ich dieses, diese Folge irgendwie nennen, äh, eben als Max so verarscht oder so? Ja. Dass Max da extra drauf geht? Oder macht so, äh, hier, ähm, Netz-Neuer-Kanal oder so. Und dann, äh, tut die halt so am Anfang wirklich so. Und dann am Ende dann so. Haben wir aber schon, ne? Oder wollen wir dafür noch ein komplett neues Video machen? Ja, okay. Dann kommt das, dann machen wir irgendwann irgendwann noch ein Video und dann machen wir es so und das kommt irgendwann danach. Ja, genau. Oh, ich pack, sag, du weißt, was der geilste Ordner bei mir ist? Was denn? Der ist KP. Hier ist eine, komm, nein, komm mal, äh, in den Chat, wie der eine heißt. Ja. Äh. Flu... 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 Unicom. Ja. Ja. Seh'n du? Ja. Weißt du, warum ich denn einen Ordner habe auf dem PC, nennt sich KP, ne? Kein Plan? Ja. Da kommen Videos rein, mit denen ich keinen Plan habe, ob ich damit anfangen sollen mehr. Wie viel sind Zeit drin? Ich kann mal kurz gucken. In den Orten befinden sich jetzt gerade schon... Zwölf Elemente sind da drunter. Zwölf Videos sind da drunter. Aber die sind alle nicht gerendert, alle nicht geschnitten... Oh Gott, war da ein gerendertes Video drunter? Nein. Gut, ich habe mich nicht gedreht, ich war gerade so beschäftigt. Da sind nur... 3x Terraria noch drauf, dann ein paar Minecraft Aufnahmen, dann noch eine mit Twilestromer älterer. Da weiß ich, was damit anfangen soll, manchmal. Ich schwitze mir nur jetzt einfach so richtig ein, ok? Mhm. Oh. So. Brauchst du die Blöcke? Ja. Hier sind 50 Stück. Wäre dir fast runtergefallen, ne? Ich hätte sie runtergefallen. Hast du gesehen. Das heißt, ich muss... Ich muss mich erinnern, dieses Video nach einem anderen Video hochladen. Oh, ich frage mich, wie ich Max aufheben würde, wenn er das erfährt. Was? Hast du mich an den Anrufen? Äh. Dann bin ich jetzt ruhig. Okay, damit. Oder was? Scheife sind die Aufnahme noch. Aber kann durchkommen, es mir gar egal. Okay. Oh. Hast du eine Bronze? Ein Stack? Gerne. Einfach, wenn du willst, die die Kanzel und Vorgang die Zwicklung zu roten das ist der er du wirst richtig getragen wird anwesend vor dem richtiger steht achten ich weiß es ich ja alles klar was wollen die denn hä bitte 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 er darf mich nicht schiffen alles klar was was los echt ja auch nö die beiden gemischt haben nur aufgrund der dritte drunter spring die schlechte nein das ist gar nicht mehr wenn die ich habe noch nicht mehr gestartet die 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 aufnahme die 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 das kommt ins bestdorf es angeblich nach es es so sondern bedanke mich für das Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.